Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Torn mit... Renzus Zocos Moin Dallucados Hallo Hör mal bei der Hammond LP Hahahaha Oh, ich hab Guck LP Halsch Der war geil, Krebs, der war geil Der Fias ist dabei Hallo Nightshade Hi Marv Hallo Und Kapuzenwurm Hallo Das Beste ist zum Schluss Marv kommt zum Schluss Ich hab Nightshade elegant mit einer Discomboing preparing getötet Prader Ich glaub, mach's schon recht, pass auf Der Bund hat so sein Ding in den Weg Wo fliegt denn dieses Flugschiff denn eigentlich hin? Das fliegt einmal im Kreis Das fliegt einmal im Kreis Nein, es scheint darf sich recht nicht fliehen Wenn du bei den Rotoren fliehen Ich darf mich rein, das ist einfach noch Ich kenn die Map ja schon, ich bin ein alter Hase, aber ich mein, wo fliegt diese Map? Die Map ist komplett rollen Ach, Story, ich wollte die Rollplane Ich wollte die Rollplane, ja, ich bin klar Ich bin die Ania Ich bin nackt, selbst schon, weiß ich Also ich glaub, die Map ist eine andere, als die wir sonst gespielt haben Ich meine, der Berg im Hintergrund war nicht so groß Du wärst nach deinem Glauben Oh, ich bleibe Gwen, zeigst du ihm im Screen schon? Ja, okay, ja Und dann... Und dann... Oh, leider haben wir... Ja, und dann so wegretuschiert Oh, 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 da will ich gar nicht rein, da will ich gar nicht rein Neffi... 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 Das war toll Das war toll Das war ich nicht Töne dich hier, 1, 2, 5, 4 Klappen, Klappen Hi, ich spielte schon Du kannst deine Aufnahme auch direkt... Du kannst deine Aufnahme auch direkt... Du kannst deine Aufnahme auch direkt... Stell dich drunter, stell dich drunter Klappen, Launcher Oh, er kommt! Woh... Nein, Chef! A, A A A A A Ich hab doch den Traitor mit dem Headplay Runcer gezogen! Okay Da werden doch... Der schießt dann Der ist im Kick Tschüss Leute! Viel Spaß mit dieser Seuche! Wo ist denn eigentlich der Traitor? Es ist vorbei für euch! Ne, waren keine drin. Au revoir! Alles ist ausgegeben. Ey, runterschmeißen! Auf Wiedersehen! Geht doch nicht so an den Rand gewandt! Wahnsinn! Das ist mein Aufnahme! Hallo! Hallo Julias Aufnahme! Hallo! Ich geh... Nee, ich hab nicht angeschossen worden scheinbar. Wer ist tot? Nein, angeschossen worden ist tot. Nee, ich bin nie... Ich wollte ich eigentlich unterhaben. Ich bin nicht tot! Ja, fast tot! Hey, wo ist der die Zeckte? Ja, was ist der mit mir? Bleib doch wegen der Zeckte! Nein! Da ist jemand gestoppt! Brauch ich ihn! Er sagt, er wird gleich erschossen! Hab ihn erwischt! Ja, der Zeck war eh schon tot! Das war die erste... Ja! 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 Hör mal, der Hammert LP! Also von meiner Seite... Mit meiner Seite! Also... Sehr gut! Ich bin noch im Ferit... Nein Shane, wir haben das schon vorgehabt, ey! Ich dachte, das war ein guter Brander, den Head-to-Blausch weiterhauen! Herr Dr. Jule darf ich dir die Map erklären, äh storytechnisch? Nein darfst du nicht. Im Jahr 13 1987? Das ist der Motorrad. Ja, das war ich, weil ich wollte die Story nicht hören, dann bin ich... ...dass gelangst, fiel dir Motorrad von damals. Oh geil! Er hat gemotor bootet. Oh Gott, was geht hier ab? Oh Gott, danke ja, jeder Dank. Fliegen wir auf die Bahamas? Nein, wir haben schon. Wir sind in den Alpen, du Lüge! Ja geh rein da, ich schieß doch! Wir fliegen hier erst dahin, wir müssen durch die Alpen durch! Waf, geh rein da, ich schieß doch! Durch die Alpen zu den Bahamas! Ich hab die Lage gesichert, ich bin Eno! Langweilig! Dalu ist langweilig! Geht nicht deine Kapuze hier! Danke Krabs! Ich versteh das nicht! Was hast du da? I plus I macht Kreis? Was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? Echt Julia? Er wollte dich abschießen, Marv! Er hat mit der Scout geschossen! Er hat mit der Scout geschossen! Was? Warum tut er das denn? Du standst hier, wir sind schon nach links und er hat geschossen! Ich bin eingeschossen! Wer schießt denn hier schon wieder? WTF? Ja! Moment! Du bist eingesperrt! Lass mich raus! Ich hab Grants gewusst! Grants hat's gewusst! Ich weiß auch nicht, wie er das wissen konnte! Ich war das! Ich war das! Kapuzenwurm! Kapuzenwurm ist der andere! Der hat nen Deadwinger! Anständig geil nochmal! Wirklich? Nein! Klenke stirbt! Klenke stirbt! Ja und wer schießt denn jetzt nicht auf mich? In der Mitte! Klenke stirbt! Das war super! Ich dachte doch was! Du bist runtergefallen! Ja! Ich war nur am Raum mit der ganzen Zeit! Das war langweilig! Sitz alleine im Raum LP! Das war nicht so auffällig! Weil Marv hat ihn da eingesperrt! Ja! Du hast ihn eingesperrt! Du hast ihn eingesperrt! Ja ich dachte du hast ihn eingesperrt! Du hast ihn eingesperrt! Wie komm an denn diese blöden Leiter? Am besten nur an die Leiter stellen und nichts drücken! Du hast zuerst abgedrückt! Ja aber ich hab ja richtig gewartet! Nee du hast verfehlt! Ja weil Marv will die ganze Zeit nicht so dick! Ist ja gut! Ich hab dich erwischt! Ohne Waffe ich kann mich doch gar nicht beschützen! Hast du gesagt dass der Deathringer hier scheiße ist? Ja! Warum? Weil du schnell fällst hier! Ah ok! Ja! Was? Ich hab ein Mc10! Ernst! Alter ich brauch einfach kackte Waffe! Ja wenn du ne Slowmo hast ist Mc10 sehr gut! Nein! Julia! Nein! Ich hab wieder nen super Kommentar gelesen! Ich mach ne Waffe verdammt! Ich mach ne Waffe verdammt! Hast du das gesagt oder was? Nein ich hab nicht drauf geantwortet! Das Problem ist halt dass jeder deinen Namen noch rufen kann! Ja Gehrʻer! Du kannst ja nicht auf unseren Wunsch halten! Ja Marv springn doch mal bitte! Gub is blood! 紹j! 9 Shade! 9 Shade! Ich kriech ihn! Auu auu... Ich kriege ihn! any of us? Ja, ich wollte ja vielleicht noch ein bisschen Heli weggenommen. Jetzt war es halt mal zurück gegen Helis. Warte, dieses Ding hier muss ich rein. Ich glaube, ich hatte ihn. Wo ist ne Heli? Wo ist ne Heli? Heli? Ich hebe noch einmal die Hand gegen sie. Oh nein! Julia? Einige! Ja, dann seid ihr alle sicher. Dann haben wir hier Julia, Kapuze, Reus, Zell. Und zack, rein da. Ach, schade. Oh, das war's. 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 Ich weiß es nicht. Warum fliegst du komisch? Nein, warte. Wo hab ich den Leichen runtergeschwitzt, ne? Mal jetzt. Mal fliegt, mal fliegt. Hängst du noch da unten dran? Hier, hier, komm hier. Ich verköp' ja auch. Hier, hier, halt. Da ist er! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, ey. Ich hab mich an dem Ding geheilt und warte. Ich so, ey, die wollen doch bestimmt nicht mehr. Mal fliegt die voll rum. Das war geil. Das war's. Das war geil. Ich hatte leider keine Crudits mehr. Ich wurde nach Bären fallen. Und zum Aufschlangen. Ich dachte mir eigentlich, das ist Rinder. Er schießt der Detective mit Blow, ey. Und dann bringt er mit Fray. Er schießt der Insta auf mich, ey. Ich bin durch den Heli durchgebackt. Ich bin einfach so verflogen. Aber Nightshade, das war geil. Ich gehe da ein bisschen Detective durch die Heli und Nightshade eskaliert erst mal. Nightshade wollte ich mit der Schotty in der Slow-Mo abschießen, aber ich hatte eine Galileo und konnte immer öfter schießen als er. Ich hab irgendwie grad ein bisschen panisch und alles. Das war doch super. Super. Das war super, das war original. Oh nein, nein! Falsch an. Ich bin der Detective. Ich hab schon Falsch anbekommen. Ich bin der Detective. Wollen wir einen Traitor-Test machen, Leute? Ich schau auf die Runde kaputt. Traitor-Test. Okay, wo ist der? Da, wo du eingesperrt warst. Den Raum kennst du sehr gut. Ich hab die Runde. Wo hab ich jetzt? Äh, einen Moment. Crabs, Crabs, Crabs. Hallo, da hinten. Jeder, der denkt, er ist sie nur. Arsch. Ach, hier. Crabs, kommen Sie mit. Oh, pass auf, Julian. Neben dir ist ein Strengsatz. Du Crabs, machen wir eine schöne, eine schöne Fahrt. Lasschen. Da, ich bin da rein. Da, ich bin da rein. Geh rein, alle rein. Alle rein. Alle rein. Alle rein. Oh, hier, Dalu, wird dann mit der Garnate geworfen. Nein, du sagst, dass wir gar nicht geworfen worden. Dalu. Crabs, bist du gut? Ja. Wo, wo? Crabs, du läufst so schnell. Ja, du auch. Der, 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 hier steppt der B. Die verrückt aus. Ja. Mann, das war so ADS, Alter. Wie du hier rumflitzt. Crabs, nicht mich abknallen, bitte. Nee, hab ich nie vor. Okay. Und vertraue ich dir mal. Ich würde dem nicht trauen. Ich vertraue dich nicht. Leute, es leben nur noch, Julia, Crabs und Kapuze. Das heißt, dass Julia und Crabs es sind. Ich bin es nicht. Kapuze schießt. Ich bin es nicht. Er hat ihn schon lange abknallen können. Es ist so. Es geht nicht anders, weil ich bin eingesperrt im Traitorraum. Dann ist es Dalu und Julia. Dann ist es Dalu und Julia. Ich bin im Traitorraum eingesperrt. Ja. Julia hat mich hier eingesperrt und wir sind nur noch zu viert. Schieß kaputt. Ja, du kannst ja gerne auf mich schießen. Nee, okay, dann schieß ich nicht. Ey, ganz ehrlich, da hättest du jetzt auf mich auch abgeknallen. Ich glaube nicht, dass es Crabs ist. Warte. Vielleicht bin ich jetzt etwas übernaiv, aber ich glaube nicht, dass es Crabs ist. Nein, ich bin es auch nicht. Hast du nur was da? Ja. Wo sind die letzten Punkte? Wie viele Punkte siehst du noch? 1, 2, 3, 4. Also, äh, 3, 3, 3 Punkte. Da ist einer. Wer ist das? Das kann nur Dalu sein. Julia würde sich so nicht bewegen. Mach mal, mach mal, mach mal. Ja. Wer würde sich so nicht bewegen? Ja. Ja, ich bin in die Bernfalle gelaufen. Hehehehe. Ey, dann ist es Dalu. Ja. Tut ihn einfach. Wo ist er denn? Ich bin unten schon. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Richtiger Assassine. Ey, immer ruhig bleiben, Junge. Es gibt nichts mehr. Dalu, du hast die Heilige geworfen. Ja, ich hab die Heilige geworfen. Ja, ich hab die Heilige geworfen. Ich sag doch, pass auf, es könnte eine Heilige sein. Alle bleiben stehen. Das ist die dümmste Waffe. Mit der hab ich noch nie mit ihm gekillt. Der stand vor. Die Huge warst du auch nicht. Dann nimm wieder die Faust. Das ist besser. Ich hatte keine, ich hatte keine andere. Nimm die Faust. Das ist besser als die Huge. Aber die Bernfalle war richtig geil. Aus dem Fenster abgehauen, ey. Das war nicht schlecht. Ich bin immer der Erste, der stirbt. Ich weiß nicht. Ich glaube, Marv war der Erste, oder? Weil ich hab Marv erschossen. Und dann war die Heilige so. Ich hab's vielleicht gar nicht gecheckt, aber Nefias hat geschossen. Ja, Nefias hat geschossen. Ja, ich hab 18 gesagt und habe geschossen. Kommen Sie? Sieht ihr 98? Oder was soll ich vor? Mir egal. Raus Shotgun. Oh, ne. Wartet auf mich. Viel Spaß. Wartet auf mich. Vertrau mir, vertrau mir. Ja, klar. Vertrau mir. Schau, ich geb sie sogar weg. Ne, ne. Ist okay. Ich geb alles lang. Komm gerade die Crabs hinter dir. Ja, komm Crabs hier mit ihm. Ich weiß nicht. Einfach mal gar nicht checken, dass der schießt. Okay, ich vertrau dir. Ein Shade. Was? Ihr brennt. Warum? Was habt ihr jetzt gemacht? Warum brenne ich denn jetzt? Oh, oh. Naft brennt. Crabs, du bist der Gute, oder? Ja. Okay. Aber wie doch. Hä? Warum brennst du Maft? Ja, warum? Ich weiß auch nicht. Irgendwer hat mich angegessen. Aber wer? Und du? Ich bin gut. Wieso bist du hurt? Wieso hast du schon Schaden bekommen? Ähm, Fallschaden. Oh, wie gern ich dich stupsen würde. Was hier? Wir sind ja eh fast drin. Mach mir Angst! Ich bin der Tür zumachen, bevor er ausfällt. Mach mir Angst! Geh weg! Ich bin eh. Flaregun nutzen nur zwei Leute. Mach mal das Fenster hier vor mir kaputt, ja? Ja, ich zünde mich selber an, oder was? Mach das weg! Mach das weg! Ich schieß mir ins Bein! Und die andere Seite noch? Ich will's nicht mehr schießen! Mach das weg! Mach das weg! Ich hab' ich weg gemacht! Danke! Oh, da ist der Marv! Der Marv ist da! Wer schießt? Graham! Du hast dich noch geschossen! Du hast auch, hab' ich geschossen! Ich hab' nicht geschossen! Ich glaub' ich hab' nicht geschossen! Ne, Julia war das, ja! Noch ne Runde drin! Julia hat geschossen! Ja, mach, mach, mach! Flick weg! Nein! Wenn ich mich noch nicht mal getrattert... Atroblood schießen! Gott, wo denn? Ich kann den Motor nicht starten! Fliegen! Oh! Der Motor! War auf! Wo kam der denn überhaupt? Spring, spring, spring! Shit! Ich bin tot! Der muss aus dem Heli rausgeschossen wollen! Nein, der wurde nicht aus dem Heli rausgeschossen! Ich bin doch hier oben! Au! Du hast... Ja, okay! Nice! Warte, warte, warte! Warte! Ja, ja! Er hat mich angeguckt! Ich hab' Ames Damage bekommen von ihm! Oh, er brennt! Und ich hab' auf ihn geschossen! Wollte ich nur mal sagen, weil ich das gesehen hab' aus dem Heli raus! Och, Marv ist weg! Ich brauche die Wett von den... von den DL-Belagern! Dalu ist von meinen... meinen Schläge angewesen! Warum ist da grad was explodiert? Oh, Dalu ist tot! Okay, hier Dalu! Warum ist er gestorben? Ich weiß nicht, explodiert! Weil es hat so ein Error überm Kopf! Dalu ist abgestürzt! Man sieht dich voll cool, Nightshade! Das war nicht so gut! Wer ist gestorben? Ja! Dalu ist tot! Ich dachte, und wer ist tot! Ich hab' was gehört! Deinem Heli noch drin? Oh, hier ist jemand tot! Warte, es ist... Er ist abgestürzt! Wer ist abgestürzt! Das ist ein Heli ja... Heuchy ist das! Das ist gar nicht Nightshade! Ich hab's mit dem Nachflug gemacht! Super, Heuchy! Super! Was denn? Grancis! Irgendwas brennt hier! Natürlich ist es Grancis! Der wollte auf dich losgehen, aber hat sie nicht getraut, weil ich seinen Namen gesagt hab! Ach, das ist kein Hindernis! Hätte ich deine Identität geklaut! Grancis, bist du feurig, Grancis! Wollen wir gleich zu schießen? Wollen wir gleich zu schießen? Wollen wir gleich zu schießen? Was hast du für eine Waffe? Ja, ich? Weiße Coco... Also... Ne Mac... McDonalds... Wo bist denn du gerade? Äh, bei... Wenn die Nightshade bist, dann bei dir! Irgendwer schieß gerade! Irgendwer schieß gerade! Ich kann euch stimmlich noch nicht so ganz... Dann passt das! Wollen wir ihn jagen? Wir jagen den jetzt, komm! Wir jagen ihn jetzt, ja! Wir jagen ihn jetzt, ja! Ho-Ho-Hawki ist auch noch da! Darf er den Traum? Ho-Hawki lebt noch, ja! Ich bin Detective, ja! Achso, stimmt, ja! Obwohl dann erst recht nicht, ne! Das war ja wieder voll schlau von mir, ne! Warte, hier ist jemand... Ah! Fuck! Ah-ha-ha! No... Ach, du hattest aber nicht mehr viel, Nefi, oder? Ne, ich hattest nicht mehr... 33 hattest... Mark, du hast echt Pech gehabt, dass Krabs mich abgeschossen hat! Na, du hast dich die Bombe erwischt! Ich hab geschossen! Doch, du hast mich getroffen! Mark kam hinter mir am Rand der Map und du hast mich aus dem Heli mit deinem Shotgun auch getroffen! Wurden, wurden zwei von der Bombe erwischt? Dann hab ich mich direkt gesehen! Aber Mark ist, Mark ist dabei gestorben! Ich hab den angeschossen und er ist gestorben! Ich hab mich umgedreht und dadurch ist er erst gestorben! Ähm, ähm, Moment! Was ist mit zwei und Tod? Ich bin von der Bombe gekriegt! War er mit der Bombe? Sind da zwei von der Bombe gestorben? Ne, nur ich! Achso, okay! Ach, das war ne Bombe! Aber wie einer Panik schien, wenn er immer abgebrannt hat, war nicht lustig irgendwie! Oh nein, das ist ein Traitor! Ich wusste gar nicht, dass der Detective das auch kann! Ne, er hat deine Waffe, glaub ich, aufgehoben! Ne, ich hab die ja nicht gekauft! Hä? Echt? Der Detective kann das? Das macht ja gar keine Sinn! Der ist doch die Nighthawk! Die kann das auch! Die hat 60 Schuss oder sowas drinne! Die Nighthawk? Die hat 60 Schuss oder sowas drinne! Die Nighthawk kann anzünden? Wusste ich gar nicht! Die Nighthawk hat auch ein fettes Error-Zeichen überm Kopf! Jaja, weil die kann, die kann zoomen, die macht halt kein Geräusch und die kann anzünden! Beste Waffe ever! Beste Waffe ever! Ich hab's gar nicht auch mit von diesen Dings! Äh, Dalu hat ne Granate geworfen! Lauf weg vom Rand, lauf weg vom Rand! Dalu ist es! Tschüss Julia! Dalu hat halt Julia gerade vom, vom Ding gespringt! Erstmal hab ich keine Granate geworfen! Hast du irgendwas geworfen? Natürlich! Ich habe meine Waffe weggeworfen! Das war keine Waffe, das war's rund für ne Waffe! Ich hatte halt ne Pistole! Die neue Roundgun! Die Roundgun! Die kann man kaufen! So ein Laberkopf! wenn man oben unten links rechts rechts geht nicht einschüchtert von ihm in die Berge nach dem Pappenheim Marfa hat was geworfen ja da ist der Dalu und aber C4 oder? nee, tut sie mir nix tut sie mir nix, tut sie mir nix oh oh, Julia warum sagst du das nicht drin bist du hier einfach? Julia, man Julia Die Bombe hat übrigens Grenz gelegt, steht an der Bombe dran, doch, meine Fingerabdrücke sind an der Bombe. Julia ist im Raum drin mit 8 T-Festern, ich hab einfach drauf gewandert. Hab ich gesehen. Tut mir leiiiit. Hab ich gesehen. Warum steht er da drinnen, Julia? Das kannst du nicht machen. Ja doch. Ja doch, nein, kannst du nicht machen, Julia. Ja, hier sind gleich nochmal welche, wenn du willst. Okay, vielleicht dann ewig schießt drauf. Ich weiß, wo ist das gerade? Da war's. Da war's. Da war's. Bye, bye, Hollywood Hills forever. Ich wollte aus dem Fenster. Das war's. Scheißhaste. Scheißhaste. Da ist der Waffen-Heli. Ich bin's. Ja, ich. Könnt gerne meinen Kanal besuchen. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Red. Au. Irgendwie hab ich runtergeschubst. Entschuldigung, ich hab mich runtergeschubst. Crabs. Nein. Ich bin's. Bitte nicht. Er hockt sich an der Hacker einfach. Ja, ja. Das ist Lacker. Das ist Lacker. Das ist Skill. Schieß doch nicht. Schieß doch nicht. Schieß doch nicht. Ja. Ja, dann nicht. Franchisto. Franchisto, Alter. Crabs war schon tot. Während einfach den erschießen, der noch lebt da oben. Wieso confirmt denn hier niemand? Da ist einer tot. Halt, Dalu. Ich hab'n Traitor gekillt, Leute. Immer mit der Ruhe. Immer ruhig bleiben, ne? Oh, Crabs war Traitor. Der hätte mich vorhin schon killen können. Nee. Horch lieber Traitor. Dalu? Dalu? Ich glaub, Dalu wurde gerade abgeschossen. Nadeshade. Oh, der liegt auf einem der Türme. Ich bin nicht sicher, aber ich hab grad Angst. Ich glaub, der snipert wer. Irgendwer? Ich bin auch auf einem Turm, ja. Hat ihn gerade... ...gekillt. Ja. Ich bin auf diesen einen Turm da. Ja, ich seh euch beide. Ja. Ich bin auf den einen Turm da. Ich denke, es snipert irgendwer von dir. Du kannst zu mir raufkommen. Ja. Äh... Grants? Okay. Julia? Ja, ja. Okay. Wie viele leben noch? Mit 17 Punkten, aber... Ja, 17. Kann das Flugschiff gar nicht steuern hier. So. Wie viele, wie viele leben habt ihr alle noch? 17. Wie viele leben noch? Drei Leute nur noch? Julia? Und wer noch? Grants lebt auch noch. Also vier. Grants meldet sich nicht und ich find auch keine Leiche. Ja, Grants lebt noch. Ein bisschen schießt gerade. Julia, wo bist du? Öff... Das werd ich mit Sicherheit nicht sagen, wenn ich... Warum nicht? Oh. Hat ja geschossen. Oh. Da kam ne Leiche reingefallen. Was geht hier vor sich? Was ist das für ein Schauspiel? Wer läuft da? Der Marfoot hier hingelegt. Das ist aber nett. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Ich bin oben. Ich bin oben. Wo bist du? Bist du unten? Entweder Grants oder Kapuze. Also Julia, wenn du Indo bist, darfst du Kapuze oder Grants abschießen. Ich komm jetzt... Ja genau. Ich komm jetzt rein. Ich komm jetzt rein. Ne, ne, du kannst nicht machen. Ich komm jetzt rein. Ich komm jetzt rein. Irgendwer hat ne Waffe nachgeladen. Komm rein. Ich komm runter. Ich komm runter. Okay, da ist der Julia. Da ist Julia. Kapuze. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Die Julia, erzähl schon wie gar nicht. Ich hab's noch nie gesehen. Das gibt's doch nicht. Na, schön kapuze. Du entehrst meine Waffe. Ja, tu ich echt nicht. Oh man, nein. Was für ein Detektiv sei ich dazu so, ey. Malprix hat sich gewesen, Julia. Ist du mir leid? Ja, ja, kein Problem. Toll. Ich nehmt es niemandem. Auf einmal, wie hast du es geschafft, dass Marv da durchs Fenster reinfällt? Grants, was wolltest du, was ich höre? Er ist im Fenster, ey. Alter, wie hast du den denn hier gemacht, ey? Der Winter hat dir weggesniped in der Mitte. Ach, scheiße. Und dachte, du hättest vielleicht noch... Ja, ich dachte, Horchi hat noch geschossen oder so. Auf einmal kommt da so ein Marv reingefallen durchs Fenster. Boah, ich konnte nicht mehr stehen. Ich klappe einfach so ne Ecke da oben. Na ja, als die Leute nicht konfernt wurden da oben, war mir klar, dass der ist. Na ja, klar. Ja, aber der Detektiv stand die ganze Zeit dabei, als ich erschossen wurde. Das stimmt gar nicht. Er hat doch geschossen die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit geschossen, ich hab nur nicht getroffen. In die Luft oder wohin? Schnee auf ihn. Schnee auf ihn. Schönen. Der Flugzeug bleibt stehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ne Fluggranate. Ich hole mal die Munition aus dem Tor rücken und drauf gestanden. Wer... Wer denn hier noch... Ich bin jetzt mit dir ganz im Raum. Du nimmst nicht Depp und du bist der, der sich auf ne Granate steht. Ich hätte auch alles andere dahin liegen. Ich lauf dir nach. Das hättest du nie gemacht. Kamuze, komm ran raus. Hier kam ne andere Granate raus aus dem Raum. Da war ne Smalls noch, Kamuze. Kamuze, komm wir beide nochmal. Ich bin im Heli. Da schießt einer. Da schießt einer. Heilige. Dalu, Dalu ist es. Dalu, Dalu, Dalu. Dalu hat gerade Heilige geworfen. Dalu hat gerade Heilige geworfen. Dalu ist frei zum Abschluss. Dalu ist frei zum Abschluss. Dalu ist frei zum Abschluss. Leute, ich glaube es ist Granate. Ja, wieso hast du noch nicht geschossen? Du hattest alle mitbekommen? Ja, Dalu. Ja, ich hab Dalu gehört. Dalu? Nein. Hab ich nicht gehört. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat den Geist? Wer hat nen Geist? Du. Da ist er doch. Wo ist er, Krabs? Juhu. Achso, Krabs. Krabs ist es. Ah, hab ihn. Okay. Und Krabs hat auch geschossen einfach. Ja, genau. Aber du bist an der Leiche vorbeigelaufen, hä? Ja, weil ich auf Dalu geschossen habe. Achso, Dalu hat dich erschossen. Du bist weiter. Okay, okay, okay. Hast du die Leichen sorgt? Hab ich. Da kommst du nicht mehr dran, Granz. Ich bin Detektiv, Leute. So geht das auch nicht. Ich hab gerade Dalu getötet, ja. Wie finden sie das Wetter Nightchain? Du wolltest mir in den Kopf schießen. Ähm, ein bisschen windig heute. Ich hab noch nicht mal auf dich gezielt. Doch, du standst direkt hinter mir. Ey, warum? Du wolltest mir volle Pulle in den Kopf schießen. Ein Lügenbaron, ey. Ein Lügenbaron, ey. Nach der Runde werden wir's sehen. Oh, ich bin doch immer wieder gestorben. Ist einer gestorben? Ja, ja. Das war mit Graveling Hook. Wurde tot gehuckt. Marv? Nefias? Nefias? Ja, was nicht? Marv, hallo, lebst du noch? Marv hat sich dann getohnt. Oh mein Gott. Scrabble mich nicht tot. Ah, okay. Wer ist denn hier gestorben? Das ist Nefi. Ach, ihr wer ist auch tot? Hey, wann das denn? Marv, ah, da oben. Warte mal. Äh, Dalu's Leiche sollten wir vielleicht runterfahren, oder? Die ist schon weg. Haben wir schon lange weg, oder? Okay, okay. Ah, wer war das als Spieler gewesen? Ich hab auch so eine. Ich mag keine Disco. Da ist der Heli. Wer ist mit dem Heli drin? Wer ist da drin? Er ist da drin. Oh, da ist der Dings drin. Der Böse. Der Böse. Der Böse. Der Böse ist im Heli. Äh, der Horku. Horku. Oh, Marv! Möchtest du auf mich würd ich ja sagen. Oh, 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 oh. Mach der denn wieder. Marv, Dretz zieht sich fast in den Rotor rein, ey. Horku will auf mich schießen. Du schießt auf mich fast? Ich hab mich auf dich schon. Echt? Auch komm, ey. Wann das denn? Oh, okay, die schießen. Ich hab jetzt zwei Dinger aufgehoben. Der Ding? Horku im Verdacht. Fallschaden, ja. Du willst ja schießen, war ich. Ja, ich seh's schon. Nein, ich hab's schon. Ich hab's Schlangen schießen können, du bist bestounded. Schlangen schießen können überhaupt. Hahaha, das hat er doch nur so gesagt. Nein, ich spiele ihn jetzt. Wow! Oh, Chase! Genau, weg! Ich hab Angst vor dir! Er ist ein Detective. Achso, der ist tot. Schade, das ist tot. Nightshade ist jetzt der Neue. Oh, da muss man mit Kisten. Nightshade, darf ich nichts tun? Der chastet mich an der Zeit. Folgt mich. Ich glaube, es ist Horki. Ich bin mir sicher, dass es Horki ist. Was machst du da, Grant? Ich hab hier den Müll entsorgen. Mann! Was willst du von mir? Geh doch einfach runter wieder. Ich hab mich falsch, aber bin ich tot. Ja, geh ich runter. Aber wie du schießt. Okay, geh runter. Jetzt schon links abschießt. Geh doch, ich bin zehn Kinder. Oh. Danke, sei falsch haben bekommen wegen dir, du Arsch. Da schießt wer. Er hat geschossen. Oh, ich. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Geh mal raus. Mach das Regeln doch nicht, euch. Ne, es reicht nicht. Das ist noch einer. Der bitte noch. Scheiße. Okay, ah. Oh, Craps. Der kill war so geil. Der Kraps kill war so geil. Der kill war so geil. Nein. Die Feuergranate hat auf sich festgeschmissen. Die Tür hat geschlossen. Die Tür hat geschlossen. Die Tür hat geschlossen. Ich dachte, du bist nur langsam. Die Tür hat mich umgebracht von dem Dings. Ich war einmal lang. Ich dachte, die Feuergranate. Achso, okay. Ich hätte so gelacht. Okay, auch du bist tot. Komisch. Ich dachte, du bist Feuergranate. Ich hab' eh gedacht, die liegt aber da lange. Ja, ich hab' eh gedacht, die liegt aber da lange. Wann geht die denn hoch hier? Was ist die kaputt? Da ist es der Dalu wieder geschlossen. Dann hab' ich mich erst disguised und dann nicht der Dalu disguised. Was ist denn das? Ach, man. Geigelegt. Alle drücken halt auch direkt ab, ey. Weißt du, Nightshade hat direkt geschossen. Hallo Nightshade. Ja. Aber es war ja auch klar, dass du... Ja, aber auch... Ja, aber mein Name stand ja nicht eigentlich dran. Na, gerade deswegen. Ja, aber es war das Nightshade doch. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ja, er hat sogar random geschossen. Tut sie mir nix, Herr Nightshade. Nein, ich hab ja gewusst, dass du's bist. Ja, aber mein Name stand ja nicht dran. Was warst du denn da, Marv? Marv? Was war das? Ja. Ah. Okay, ist mir okay. War das noch, wenn er seinen Namen umbenannt hat? Dalu hat auf mich geschossen. Nein, ich hab aufs Wasser geschossen, weil ich will die Scout haben, ohne ins Wasser zu müssen. Warte, ich kann dich mal ins Wasser schreiten. Ja, wenn du... Wenn das nicht in meine Richtung fliegt, dann fliegt ein paar meiner Freunde in deine Richtung. Ich bin's nicht ab Mac-10. Wo siehst du denn eine Scout hier drin? Hier, schubst du ihn ins Wasser. Schubst du ihn ins Wasser. Das ist meine Bestellung. Ahaha, ich hab eine Dalu. Ahaha. Noch einen, noch einen. Ahaha. Ahaha. Komm, dürfen wir ihn abschießen. Geh mit das von mir weg. Oh, ist da noch einen angeworfen. Ich hab Leben verloren. Ich hab nichts gesehen. Ich hab Leben verloren. Ich hab Leben verloren. Au! Ich hab gedacht, ich bin tot da drin. Ehrlich. Nefi ist es! Nefi ist es! Acht auf. Nefi war's. Er hat auch Slowmore gehabt. Okay. Und damit bin ich safe. Ne. Warum? Und wo ist die Leiche? Bei mir. Bitte Dalu kann die Bidi nicht schlagen. Bitte nicht. Ich hab ne Insie, Leute. Die weff ich jetzt zu euch. Das ist nicht... Das wär nicht gut von dir. Ja, ich weiß. Deswegen mach ich sie auch nicht. Komm, schmeiß sie hier. Okay. Ich bin... Ich bin... Dalu, 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 Dalu. Dalu, willst du noch sagen? Dalu? Da ist doch Dalu. Da ist doch Dalu. Dalu? Da ist doch Dalu. Wie heißt der da, wer den Namen umbenannt hat? Ich kann meinen Namen nicht merken. Grans. Okay. Gransus Zockos heiß ich. Der heißt Gransus Zockos. Der heißt Gransus Zockos. Ist da ein bisschen auffällig, oder? Ich heiße Schwanzus Zockos Longos. Ich bin mir nicht sicher, aber Grans, du... Was machst du da? Grans. Du hast... Vorhin... Du hast... Du hast... Warte, warte, Grans. Guck mal, weißt du was? Das kann nicht jeder. Och man, nein. Nein, nein, nein. Und wirf hoch, wirf hoch. Und dann guck, was passiert. Du musst es in diesen Ventilator schmeißen. Hier, ich hatte den... Den Beetstab. Mist, ich zieh das nicht hinten. Jawoll! Und... Ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Ich bin dein Bodyguard. Aber sogar wenn die Hunde jetzt endet, so alle Trank klauen. Boah! Wirklich, Grans, nicht klauen! Die geht einfach kaputt! Wer da geschossen? Oh, scheiße. Ich hab Julia getötet. Ich hab Julia getötet. Gar nicht wahr. Aber ich trau dir nicht. Aber ich trau dir nicht. Julia, man darf nicht mehr wissen, wenn man tot ist. Nee, der ist reicher. Ich bin nicht tot! Wer war das? Das wird Kapuze gewesen sein. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur Waffen weg. Oh! Sorry, sorry, sorry! Wow! Was zur Hölle? Was macht ihr denn? Ja, er kommt hier rein und schießt auf mich. Leute! Ich hab Shotgun gehört und hab gesagt, oh Gott, Julia ist tot. Ja, Julia ist tot. Hier liegt ne Bombe! Ja, Julia lebt noch! Bombe! Wo ist hier? Hier liegt ne Bombe! Wo denn? Alter, wo ist denn hier? Auf dem Raumschiff! Halt! Wo denn? Ich weiß nicht, hier ist irgendwo eine kleine Küche. Ihr seid nur im Wasser, seid ihr safe. Okay. Was? Nein! Cribs, war doch auf mich! Hallo, Horchi! Hallo, Horchi! Hallo, Horchi! Weißt du, wie die Bombe ist? Nein, aber hier ist nicht der Safe. Hinten beim Pool seid ihr safe, Leute! Sagt nicht durch Testerdorf noch! War ne Bombe! Warte, warte, mach die Tür auf! Ja, danke! Nein! Ich hab... Wenn ich mich bewegt, falle ich jetzt durch... Ey! Alter, Horchi ist es, glaube ich. Der ist einfach hier durch die Traitorfalle gegangen. Ey, Horchi! Warte, 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 warte! Hallo! Horchi, warte, 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 warte! Nein! Ich krieg Schaden! Warte, 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 warte! Tu's nicht! Nein, mach ich nicht! Horchi ist vergiftet! Horchi ist vergiftet! Hab keinen Bock mehr, tschüss! Kapuzi hieß es nicht! Ach komm, tschüss! Kapuzi hieß es nicht, ja! Wieso kommt... Warte, warte, warte! Hallo! Hallo! Weil ich nicht gesehen habe, dass einer vergiftet wurde! Ich glaube, ich habe einen blinden Passagier an meinem Heli! Kann mal einer nachgucken! Marf, lebst du noch? Ja! Ich bin doch viel zu jung, um zu zu haben! Ich habe einen blinden Passagier an meinem Heli! Ich sehe doch eh nichts mehr da, ey! Aber wo ist er? Detective, sag's! Lass uns einen Traitor-Test machen! Ah! Wie mach man denn das? Geh jetzt! Ja, ich stehe! GG! Julia, darf ich jetzt... Wie blöd! Ey! Ist der einzige, der immer bleibt! Wie blöd! Marf, vergiftest du ihn einfach! Du kleine Ratte! Ich hab's gewusst! Wie? Moment! Marf hat meine Vergiftungspistole aufgehoben und hat einfach... Ganz schön lange hier! Ja, aber nicht einfach! Wisst ihr warum? Weil der der einzigste war, der hinten mit mir am Pool war, bevor ich es gesagt habe! Der von der Bombe safe war! Ich hab' gesagt, da liegt ne Bombe! Was hält's denn mit diesem Traitor-Test auf sich? Der stirbt dann, wenn der Traitor ist! Ach, ich kann ihn nur reinstellen und der Traitor stirbt, oder den Traitor mit reinstellen! Oder da wird der Tester dann rot, oder so was? Ich bin davon als Inno-Wein und bin gestorben! Okay! Das können wir ja gleich nochmal machen! Marf vergiftet Horch, und Horch so, ich krieg' Schaden! Irgendwann ist so, nein! Das hat er jetzt nicht gemacht! Ja! Vorm sagt er nix, weißt du, dass er eine Vergiftungspistole aufhebt! Vor allem alle runden, das ist ja schon mein Kollege in meiner ersten Runde. Der Marf hatte mich ja noch getötet! Aber Marf sagt doch eiskalten! Ja, was soll ich denn sagen? Dann wissen das dann alle! Der eine Map, die für uns gemacht wurde! Er beschwert sich nicht! Marf geht in den Traitor-Raum! Oh, warum? Oh, der Schwimm-Bud-Man! Wollen Sie ins Traitor-Raum? Ja, ja, kann schon! Ne, ne, das war die Welt, die uns gebaut wurde! Marvus Zockus ist einfach noch die Schwimm-Bud-Man! Ja, das ist der Schwimm-Bud-Man! Als Belohnung, oder? Ja, genau! Als Belohnung, ey! Ich bin ja der beste Detective of the World! Ey, da kannst du mal drauf achten! Ich werde mit Willkür, gleich werde ich wieder angestanden! Willkür! Willkür! Ich schieße nur mit schlaghaltigen Beweisen, ey! Ja, Willkür! Du standst hinter mir! Schau dir meinen Karma an! Nicht einen habe ich angeschossen, diese Runde! Was machst du? Nicht einen! Voll witzig! Haha, das war doch voll witzig! Ich traue dir nicht! Du bist Trainer! Du musst mal nicht trauen, weil du ja Trainer bist und nicht inno! Oh, du brennst! Marv, du brennst! Ich bin halt ein heißer Typ! Wieso schadet es dir dann? Das ist leider so, wenn man so ein heißer Typ ist! Das bisschen Feuer hat noch niemanden geschadet! Oh! Ich bin durch die Kisten durchgelaufen! Ey, Leute! Beste Map für Jump Gun! Achso! Hi! Oh! Was soll ist das denn? Ich bin nur reingegangen! Wann dir aufgefallen? Geil! Nein! Nein! Der ist doch böse immer! Nein, nein, nein! Ey, hinterher wurde geschossen! Ey, nimm die Tonne mit raus! Dann werde ich morgen abgeholt! Wow! Morgen wird die abgeholt! Hier, Grunts! Ich bring dir dein Essen rein! Was? Mach mal auf! Ey, hier! Die Tonne! Ripsen, ripsen! Na! Gleich ist einer tot! Ja! Wow! Was war das? Was war das? Der ist verworfen! Oh! Jetzt darf ich auch einmal! Oh! Oh! Da hinten hab ich fast erwischt! Au! Oh! Silent Sniper! Silent Sniper! Von wo? Oh! Mach! Ich hab mich enderschrocken! Ich dachte, das wäre der Newton Launcher! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Ich wurde auch angesnipend! Ja, du bist runtergefallen! Ich seh doch jeder im Blut! Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin runtergehofft! War es jetzt untergehofft? Nein! Kapuze drück doch mal die 6! Kapuze! 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 Ja, stimmt! Hier liegen noch... Hier liegen leere Patronen! Außer seinen Sniper! Meine Kapuze! Das ist so schwachsinnig! Es gibt keine Patronen! Bist deinem Sniper! Du Bruder! Du Bruder! Ich hab's gesehen! Ich töte Kapuze jetzt! Knall... Ja, wenn du das machst! Wenn du das machst! Wenn du das machst! Wenn du das machst! Was willst du denn machen? Dann bist du tot! Dann bist du ja tot, wenn ich dich töte! Ja, ey, das ist... Was? Also kaputt! Ich hab ja wie gesagt die Patronen gefunden! Ja, es gibt... Ja, du... Den... Geh weg von euch! Disconnect! Ich klicke auf einer Granate! Danke! Wer war das? Oh, da brennt! Schau, ich hab nichts gemacht! Das ist Feuer! Feuer! Ach, nicht! Nein, nein, weil ich mich nicht mehr bewegt! Nein! Das sind drei! Nightshade! 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 Horki! Horki! Leute, der Traitor sitzt in... In diesem Ding drin! In dem... In dem Heli! Es gibt halt zwei! Bist du dir sicher, Maas? Nein! Da sind zwei drinne! Da machst du auf! Silent Sniper wurde! Damit du besser rausfahren kannst! Ach, nicht von dir! Danke! Finde ich nicht die schöne Tat! Nightshade! Nightshade! Ich sag doch, das ist Nightshade! Hink! Hink! Alter, warum springst du mir auf den Kopf? Alter! Das ist der Koopa Jump! Hink! 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 Wer schnippert denn da? Heid, tastes richtig? Was war da? Hey, Daniel, hat hier glaube ich N oppress online! Nein, nein nein! Ich hab Nightshade im Hedi erschossen! Warum? Wie soll ich ihn noch sehen, ich habe keine Augengerücken! Warum hast du ihn erschossen ist die große Frage Weil er Horchi getötet hat! Hat er Horchi? Hast du dir G foutenat? Hast du es gesehen, oder hast du es für vermutet? Nein, aber Horchi ist tot und Nightshade hat sogar gesagt, dass sie ihn getötet hat! Okay... Töte mich jetzt nicht, ey! Hör, wo ist die Leiche hin?! Ich töte mich jetzt! Sie muss raus gefallen sein, sie muss irgendwo auf dem Schiff liegen! Ja! Ja, aber das ist doch die Fake-Leiche, müsst ihr hier liegen. Ja, stimmt. Ich hab keinen Plan vor diesem Spiel. Nightshade muss irgendwo auf dem Schiff liegen. Da ist die Müsse. Der hat kein DNA-Sample. War auch kein Scheiß. Ich bin immer lieb. Das war auch Freunde. Hallo? Julia ist jemand. Ey, von oben! Boah! Ja, ja, ja! Mist, er ist unten wieder? Wo ist er? Siehst du, ich kann's gar nicht wissen. Ich bin gerade bei der Julia. Ich bin gerade bei der Julia. Scheiße, ich hab's auch... Wer fehlt denn dann noch? Craps. Nein, Craps. Dalu-Kart ist es. Leute, Dalu-Kart ist es. Rains, ich stand vor dir als die Heiligen kam. Ich bin nicht. Komm in unsere Runde. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Er schießt Dalu-Kart. Dalu-Kart ist zum Abschluss freigegeben. Leute. Ich geh wieder darauf auf diesen Hochstand. Dalu, du standst eigentlich wirklich nicht bei mir. Wieso hab ich dich dann vor der Granate gewarnt? Das war der brutalen Hochstand. Craps. Also ich werde jetzt noch mal auf der Schieß. Ja, nein. Er hat ja gesagt, er will mich schreißen Rauschen machen. Dann kann ich auch... Craps schießt auf mich. Craps ist es. Oder er kann nicht treffen. Tschüss Craps. Was heißt... Nein, Shane ist es nicht. Und ich weiß, dass mich noch ein paar Sekunden... Ab ihn gleich. Capuzzi ist nämlich der andere. War gar nichts für gar nichts. Auch Capuzzi ist der andere. Und jetzt komme ich hier... Oh, what the fuck. Und jetzt mit der Grover noch. Jetzt gibt's noch... Warum? Im Heli... Im Heli kann man die Leute nicht killen? Nein, im Heli brauchst du immer doppelt so lange, bis du tot bist. Nein, Shane. Tschüss Julian. Oh, what the fuck. Ciao. Ciao. Wer war das jetzt? Wer war das am Ende? Grants kam noch hoch. Nein, Shane ey. Warum sprichst du aus dem verdammten Hubschrauber?